So Freunde, also, es ist soweit. Anzeige ist raus, noch nicht ganz, aber gleich, und zwar gehen wir jetzt mit allen Indizien, die wir haben. Wir haben ja ein krasses, wirklich, also unser, unser Fahndungsfoto, ja, sag mal doch so, Fahndungsfoto, Profile of Picture, Dings. Benjamin, Otto, ihr seid toll. Klasse, dass ihr Chico gefunden habt. Ja. Wo steckt ihr denn jetzt eigentlich? Hat Tierhändler Wohlgemut nicht angerufen? Doch, doch, das hat er. Chico ist mit Alina und Alfons Bergafield Gorilla, um sich da ein bisschen von dem Schreck zu erholen. Wieso? Da wird noch weiter terrorisiert. Ähm, von unserem, das ist ja auf jeden Fall einer der Darsteller aus dem Zirka, ach so. Der Jongleur, oder? Warte mal. Benjamin. Wir sollten zuerst zu Kommissar Glasklar gehen. Nein, warte mal, wie war das? Und ihm zeigen, was wir herausgefunden haben. Der Jongleur sah doch so aus, oder? Wie unsere Beschreibung. Der Jongleur. Los, wir gehen zu Kommissar Glasklar. Nee, der ganz links oben. Das war nicht der Jongleur, das war der, der Tierdompteur. Der Dompteur. Oder? Kommissar Glasklar, stellen Sie sich vor. Wir haben Chico wiedergefunden. Oh, das war kommissar Glasklar. Ja, himself. Damit er ein bisschen Arbeit erzeugt hier. Weil anscheinend hat er sich nicht viel bewegt, seitdem wir das letzte Mal weg waren. Irgendwie. So. Der Bengel. Ne? Okay. Ich bin froh, dass ihr mir bei der Suche so helft. Okay. Ich dachte, da kommt noch was. Okay. Hier. Check this out, boy. Irgendwie kommt mir der bekannt vor. Kann es sein, dass ich den aus dem Zirkus kenne? Ja. Am besten nehmt ihr es wieder mit. Okay. Ja, und jetzt? Wollen wir was unternehmen? Wollen wir die echten Bullen rufen, oder? Wollen wir noch hier ein bisschen rumsitzen? Soll ich einen Kaffee holen? Hä? Vielleicht noch ein paar Kekse? Hä? Vielleicht ein Stück Kuchen? Vielleicht ein paar Leberkässemmeln? Oder, wenn wir nicht in Bayern sind, Fleischkäsebrötchen, oder was? Hä? Wie wär's? Sollen wir uns jetzt noch ein bisschen als Zirkusattraktionen verkleiden, damit wir hier attraktiv, äh, äh, nicht attraktiv, sondern aktiv werden können? Mann, diese faulen Beamten immer. Müssen wir alles selber regeln hier. Okay, ab in den Zirkus. Gehen wir zum Zirkus. Ab zum Zirkus. Schild abchecken. So, da gehen wir nämlich rein. Da hat er oben links. Nein, da unten. Glaubst du, dass wir den Täter hier finden, Benjamin? Ja, ja, Schild. Wir sollten es auf jeden Fall versuchen. Shit. Da. Dieter Dornthör. Das ist unser Mann. Das ist Dieter Dornthör. Er dressiert hier Affen. Wie unauffällig. Was ist denn? So lange mal die Probe läuft, können wir hier niemanden treffen. Was? Da können wir niemanden treffen. Da gehen wir rein. Rein in die Probe. Einfach rein spaziert. Lauter Affen, Otto. Wir müssen unbedingt auch mal mit Chico hierher kommen. Ja, Moment, aber was machen wir denn jetzt? Okay, können wir jetzt das hier vergleichen? Oh, oh. Das Phantombild des Täters. Ja, und ich würde es gerne vergleichen. Das brauchen wir später. Was später? Was für später? Wir können doch jetzt hier was da draufziehen. Ja, der... Das ist Dieter Dornthör. Ja, der ist es. Ja, der ist unser Bengel. Die Löwen-Nummer von Leopold Löwitsch ist bestimmt klasse. Alter, warum checken die das nicht? Ja, okay, ich will es da rein. Ich will es da einfach rein. Können wir noch irgendwo sonst wo hin? Können wir noch irgendwo hin? What the hell? Solange die Probe läuft, können wir hier niemanden treffen. Jung, da ist keine Probe. Die wollen euch veräppeln. Lauter Affen, Otto. Wir müssen unbedingt auch mal mit Chico hierher kommen. Nein, lass es mal stecken. Ja, da kommen wir jetzt nicht weiter. Mann, nicht weiter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, okay. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir... Ach so. Vielleicht müssen wir die Finger... Unsere Lupe? Das geht nicht. Ach so, ich dachte, wir müssen die noch Fingerspuren abgleichen mit den anderen Sachen. So. Hoffentlich findet ihr den Täter bald. Ja, ich weiß ja, wer der ist. Schauen wir uns beim Affenkäfig um. Warum nicht? Das sind wir doch schon fertig, oder? Ja. Ich glaube, hier haben wir alles erledigt. Ja. Aber was ist das denn noch hin? Wir gehen zu Kommissar Glasklan. Da waren wir doch jetzt schon fertig. Warum? Ich dachte, er kommt halt mit dem SEK oder so. Ich bin froh, dass ihr mir bei der Suche so helft. Ja, Junge. Eigentlich habt ihr alles von dort. Ja, ich... Also... Können wir dann noch... Hier unsere Fingerabdrücke? Die Fingerabdrücke sollten wir dem Kommissar geben. Ja, ja, ja. Da habe ich nicht dran gedacht. Hier, da. Guck mal. Du Bengel. Trading Cards. Kannst du sammeln. Klasse. So viele Fingerabdrücke. Wo habt ihr die denn her? Ja, ja. Überall. Die stammen von der Tür des Affenkäfigs. Aha. Das ist sehr wichtig. Machst du damit auch was, oder? Den Fall lösen wir bestimmt. Ja, was... Ich konnte sie noch nicht vergleichen. Ja. Sobald ich etwas gefunden habe, komme ich zu euch. Ja, sieh zu, Mann. Die Zeit drängt... Äh, wir müssen hier tätig werden. Tätig. Ist er jetzt fertig? Los, wir gehen zu Kommissar Glasklan. Ich weiß, er hat gesagt, er kommt zu uns, aber das macht er sowieso nicht. Bist du jetzt durch? Ich konnte sie noch nicht vergleichen. Ja, Junge. Sobald ich etwas gefunden habe, komme ich zu euch. Alter, ey. Ja, wie... Mann, ey. Wie können wir sie denn vergleichen? Vielleicht brauchen wir irgendwas vom... Wo der halt auch seine Fingerabdrücke dran hatte, der... Gehen wir zum Zirkus. Wir sollten uns hier mal genau umsehen. Ach so, jetzt kann ich hier erst die Fingerabdrücke annehmen. Okay. Unsere Lupe... Das geht nicht. Das geht nicht. Warte, wie geht nicht? Ja, ich will mich da umsehen. Ich will dann... Ich will da... Mir... Das ist Dieter Domteur. Er dressiert hier Affen. Ich will doch Fingerabdrücke nehmen. Solange die Probe läuft, können wir hier niemanden treffen. Ja, aber Fingerabdrücke können wir nehmen, Mann. Fingerabdrücke können wir nehmen. Wieso kann ich gleich... Lauter Affen, Otto. Wir müssen unbedingt auch mal mit Chico hierher kommen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Oh, oh. Er will sich doch... Was will er sich denn dann hier genau angucken? Das ist ja mal wieder verrückt. Also. Ach so, wir können ja jetzt... Die einfach mal jetzt hier vergleichen. Jetzt lässt es uns machen. Wen möchtest du vergleichen? Den da. Den da. Sag mal, Otto. Ich glaube, wir haben den Entführer gefunden. Ja. Fantastisch. Wir haben es geschafft. Das ist wirklich brillant. Ja, und? Tore. Da ist er ja. Sieh nur, da ist er. Kommissar Glasklar. Gut, dass Sie da sind. Wir haben Chicos Entführer gefunden. Gratuliere. Ich bin eigentlich nur gekommen, weil die Suche in der Verbrecherkartei nichts ergeben hat. Und Direktor Tierlieb mir gesagt hat, dass ich euch hier finden werde. Sie haben also den kleinen Chico entführt. Geben Sie mir mal Ihren Daumen, damit ich einen Fingerabdruck zum Vergleich nehmen kann. Oh, ja, da sehe ich ja schon unseren Verdächtigen. Der da. Man kann Fingerabdrücke an den Linien erkennen. Der da. Lauter Affen, Otto. Wir müssen unbedingt auch mal mit Chico hierher kommen. Hä? Was ist... Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wo... Was... Wo... Da steht alles Mögliche über die Artisten hier im Zirkus. Was ist denn jetzt passiert? Ist er jetzt eingesperrt? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Hä? Aber hat das jetzt... Die CD das nicht geladen oder irgendwas? Oder wie? Oder was ist hier los? Oder was ist kaputt? Wenn ich euch nicht hätte. Los, wir gehen zu Kommissar Glasklan. Schön, dass ihr hier seid. Ich konnte sie noch nicht vergleichen. Sobald ich etwas gefunden habe, komme ich zu euch. Hä? Was ist denn jetzt... Gehen wir zum Zirkus. Was ist denn jetzt hier passiert, Mann? Aha. Wir sollten uns hier mal genau umsehen. Oh mein Gott, ey. Was ist denn jetzt passiert? Die Haare aus dem Käfig im Zoo. Ja. Das so. Wen möchtest du vergleichen? Okay. Sag mal, Otto. Ich glaube, wir haben den Entführer gefunden. Und eins nach dem anderen. Fantastisch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Töre. Ja, und? Oh. Otto, sieh nur. Da ist er. Hm. Kommissar Glasklar. Gut, dass Sie da sind. Wir haben Chicos Entführer gefunden. Gratuliere. Ich bin eigentlich nur gekommen, weil die Suche in der Verbrecherkartei nichts ergeben hat. Und Direktor Tierlieb mir gesagt hat, dass ich euch hier finden werde. Sie haben also den kleinen Chico entführt. Geben Sie mir mal Ihren Daumen, damit ich einen Fingerabdruck zum Vergleich nehmen kann. So, nun müssen wir nur noch herausfinden, ob einer dieser Abdrücke hier von der Käfigtür mit Ihrem übereinstimmt. Man kann Fingerabdrücke an den Linien erkennen. Okay. Worauf klicke ich jetzt? Muss ich was ziehen? Um rauszufinden, ob Dieter Domteur der Täter war, müssen wir seinen blauen Fingerabdruck mit denen hier vergleichen. Ja, hab ich verstanden. Muss ich... Wenn wir den blauen Fingerabdruck dazu nehmen, geht das bestimmt prima. Genau, Benjamin. Jeder Mensch hat seine eigenen Fingerabdrücke. Das ist ja aufregend. Versuche herauszufinden, welcher Fingerabdruck zu dem blauen Fingerabdruck gehört. Ja, das läuft nicht, weil die CD hier die ganze Zeit nicht lädt, Mann. Nein. Ah, jetzt. Okay. Aha. Aha. Sie sind überführt. Das ist der Beweis. Glasklare Geschichte hier. Ich muss sie leider festnehmen. Ach so, leider gar nicht. Ich kann alles erklären. Bitte nehmen Sie mich nicht fest. Was kannst du dem Zellenwert erklären? Ja. Ja, erklärt das dem Richter. Sie ist nicht böse gemeint. Sie ist nicht böse gemeint. Nein, wirklich nicht. Ich habe eine Idee. Ich habe das nicht böse gemeint. Dieter Dompteur muss die Affennummer im Zoo zeigen. Das Geld teilen wir uns dann. Das Geld teilen wir uns dann. Ja, dadurch hat doch der gar nichts gewonnen. Toll, Benjamin. Dann kann Dieter Dompteur Futter für die Affen kaufen und wir können unser Affenhaus verschönern. Ja, bin ich froh. Das scheint den Affen auch zu gefallen. Wenn das so ist, werde ich hier wohl nicht mehr gebraucht. Macht's gut, Freunde. Ihr wart wirklich tolle Detektive. Ja, also. Ja, der Fall ist gelöst. Ja. Super, dass du da warst. Mit deiner Hilfe ist nun alles wieder in Ordnung. Alter, ohne mich wäre der einfach komplett lost, ihr Kleinstell. Spinner. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Er auch der Schwerverbrecher da am Winken. Oh, da bin ich ja nochmal glimpflich davon gekommen. Alter, das ist ein harter Tierdiebstahl. Das ist immer wieder ein extrem inkonsequenter Benjamin Blümchen-Teil. Warum sind wir immer so inkonsequent? Wenn das mehr echt so wäre. Alles klar, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Benjamin Blümchen und so, ne? Schaut auch meine anderen Sachen. Die sind nämlich genauso geil. Bis dann. Haut rein, ne? Äh, tschüss. Benjamin Blümchen, wir wollen mit dir gehen.